Kratzen im Hals, kratzen im Hals, sie gaben Kratzen im Hals. Kratzen im Hals, kratzen im Hals, ja so ein Kratzen im Hals. Ich weiß auch nicht, wird Essen noch? Ich mit steig. Ist das dein Ernst, das alles, was du hattest? Ja, ja, wollt ihr noch ein bisschen Salz vielleicht? Ja, bitte, ganz viel Salz. Oh, hallo, da seid ihr ja. Kratzen im Hals, der tägliche Videopodcast. Ihr habt uns beim ersten Essen erwischt. Wir schalten die Kamera ein einfach, ist ja irre. Ja, schönes Ding, wir wohnen ja zusammen. Heute wird es mal persönlich, ne? Ja, wir wohnen ja persönlich werden. Weil wir sind Künstler, ne? Und man muss sagen, die ganzen Konzerte finden nicht statt, ne? War eine schöne Zeit, da. War schön, wir vermissen euch ein bisschen. War schön, deswegen, wir singen mal darüber, würde ich sagen. Trö, vier. Abgesagt, unsere Konzerte. Angesagt, nur noch harte Werte. Klopapier, von Hamburg bis nach Schwerte. Hamsterkauf und Schweinsgarloch zum Laden. Hopp, hopp, hopp. Einkaufswagen laden. Nudeln mit dem Bierla-Gegend-Saten. Corona. Ja, schön. Wie gesagt, genau, deswegen machen wir das ja hier. Wir haben halt keine Konzerte mehr. Ja, ja. Es ist schon lecker. Gibt mir ein. Gibt es gut zu sagen. Weißt du, was hier es da ist, ne? Ja. Sana, bitte. Hört sich auch nix. In Finnland sagt man, die Gagastagul da. Das bedeutet, lieber das Klopapier in der Hand, als den Hamster im Keller. Schön, schön. Hast du denn das Klopapier jetzt hergehabt? Ist geil. Hab ich geklappt. Aber heute haben wir ein Gewinnspiel. Ja. Schönes Gewinnspiel. Und zwar, was ganz Tolles gibt es zu gewinnen. Wenn ihr Kommentare macht, lauter Kommentar und wir losen da einen aus und gewonnen wird. Gewonnen wird eine von Nalilu benutzt. Nein. Eingeweihten. Ansignierte Klopapierrolle. Ja, Wahnsinnspreis. Könnt ihr gewinnen. Kommentieren. Wir losen einen aus. Und teilen nicht vergessen, bitte. Vierlagig, vierlagig. Vielleicht tun wir noch ein paar Nudeln drauf. Bis morgen. Ist ernst gemein. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Jessie im Halt. Sie haben ein krasses Halt. Gesundheit. Wie konnte das passieren? Die Interviewein.